servus ich komme heute mit traurigen nachrichten ich war zu voreilig folge nummer 12 ist mir abhanden gekommen ich war schon am hochladen von folge nummer 12 ich glaube bei 82 prozent war ich schon ja dachte ich mir so bevor ich folge nummer 13 schneide räume ich noch mal kurz auf hab die letzten drei videos gelöscht also 10 11 und 12 folge nummer 12 war währenddessen immer noch beim hochladen war noch nicht fertig und ich kann es nicht mehr wieder herstellen ich habe es gerade auf die schnellen noch mal versucht da das video aber acht gigabyte hatte ist es nicht in papierkorb gelandet sondern direkt weg in dem video bin ich bei der stätte von der schatulle geraten da hat auch diese thumbnail entstanden habe festgestellt dass die schatulle nicht mehr da ist kurz darauf als ich festgestellt habe ist alles zusammengebrochen die beschützer die also in der folge gab es auch beschützer die die schatulle bewachen die haben mich die ganze zeit angegriffen die haben mich dann verfolgt bis ich denen endlich entkommen bin in dem video war so viel information drin und das ist alles lost war natürlich wieder eine video dauer von glaubt 35 minuten ich habe natürlich den rohling also die aufnahme an sich auch mit gelöscht also hätte ich nicht gelöscht also hätte ich nur das video das fertige video gelöscht und hätte den rohling behalten hätte ich es nochmal neu schneiden können wäre kein problem aber ich habe natürlich beides gelöscht die aufnahme und das fertige video es tut mir leid oh man als nächstes kommt folge nummer 13 wenn ich das nicht sogar kurz vorher beziehungsweise noch dranhängen an folge nummer 13 ich glaube das werde ich tatsächlich machen an folge nummer 13 dranhängen dieses video was ich jetzt hier aufnehme ich bin eine stunde an der aufnahme dran gesessen um sie überhaupt zu schneiden ich glaube es tut mir wirklich leid eine wichtige aufnahme ist weg toll aber trotzdem ciao ciao n nam fr Bis zum nächsten Mal.